Hallöchen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Stempelzone. Wir haben die 1500 Abonnenten-Grenze überschritten und natürlich möchte ich mich in Form eines Gewinnspiels bei euch bedanken. Ja, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du natürlich 18 Jahre alt sein und du musst aus Deutschland kommen. Denn die Gewinne werden in zwei Paketen verschickt und ins Ausland ist das immer super teuer, sodass ich das für mich nicht rentieren würde. Aber ich möchte zwei Personen aus Deutschland eine Freude bereiten, wenn diese an meinem Gewinnspiel teilnehmen. Des Weiteren solltest du Abonnent meines Kanals sein, da würde ich mich riesig drüber freuen. Ein Abo für meinen Kanal ist für dich kostenfrei. Du musst nur unten auf Abonnieren drücken und am besten auch noch die Glocke aktivieren, damit du über jedes neue Video von mir informiert wirst. Auf meinem Kanal findest du Bastelideen zu Grußkartenverpackungen und Fotoalben und noch vieles mehr. Und wenn dich sowas interessiert, dann bist du hier genau richtig. Aber dieses Video dient für meine bestehenden Abonnenten und auch für alle, die da noch dazukommen werden. Ein riesiges Dankeschön dafür, dass ihr alle so zahlreich hier seid und so fleißig mir eure Daumen schenkt und auch den ein oder anderen lieben Kommentar schreibt. Da wünschte ich mir manchmal, dass es mehr wäre, dass ihr öfter mal kommentiert, weil ich mich immer sehr darüber freue und so gerne eure Kommentare lese. Aber auch dafür einen herzlichen Dank. Ich habe mir natürlich überlegt, was ich an euch verlosen möchte und das zeige ich euch jetzt. Für diese Challenge wird es zwei Gewinner geben. Ich plane für mein 2000 Abonnenten Special eine viel größere Verlosung. Also würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr ordentlich Werbung für meinen Kanal macht, sodass wir schnell diese 2000er Marke noch erreichen und ich dann wieder eine Verlosung machen kann. Jetzt verlose ich an zwei von euch ein komplettes Designpapier. Wie heißt es nochmal? Das war aus dem aktuellen Mini-Katalog Frühjahr-Sommer von Herzen, passend zu den zwei Handstanzen. Dazu gibt es eine Herzbox, lebensmittelecht. Ihr bekommt wahlweise zwei Stampin' Right Marker und einen Stampin' Spot in marineblau. Das ist das eine Paket. Die Stampin' Right Marker sind in den Farben Ananas und Kleegrün. Das sind die Farben, die dieses Jahr rausgefallen sind aus unserem Farbsortiment. Und bei dem zweiten Paket ist es auch das Designpapier, auch die Herzverpackung und dafür aber drei Stampin' Right Marker in Blaubeere, in Kussrot und in Grapefruit. Genau. Diese zwei Pakete möchte ich gerne verlosen für dieses Gewinnspiel und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Kommen wir dazu, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilnehmen zu können. Und zwar habe ich mir da was ganz Besonderes für euch überlegt. Ich würde mich aber erstmal darüber freuen, wenn du diesem Video hier einen Daumen nach oben gibst und in die Kommentare schreibst, dass du teilnehmen möchtest. Dann weiß ich da schon mal Bescheid, dass ich meine Augen und Ohren offen halten muss, denn wir machen zusammen eine Challenge und ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber es handelt sich um die Bastel-Bingo-Challenge. Und jetzt wirst du dich fragen, hm, nie gehört, wie geht das denn? Und sicherlich hast du vielleicht schon mal Bingo gespielt. Das heißt, du weißt, du musst entweder diese waagerechte Linie vollbekommen, kannst die Diagonalen wählen und musst dann quasi eine Reihe vollbekommen. Und genauso ist es auch bei dem Bastel-Bingo. Ich hoffe, das liegt jetzt ordentlich im Bild. Ich zoome euch noch mal so ein bisschen ran. So, jetzt könnt ihr das ein bisschen besser erkennen. Und zwar habe ich hier neun Kästchen und in diesen neun Kästchen habe ich verschiedene Aufgaben oder Materialien reingeschrieben. Hier ist zum Beispiel das Kästchen Glanzfarbe. Ich habe hier Rosegold gewählt. Da könnt ihr aber auch jede andere Glanzfarbe von Stampin' Up verwenden. Hier ist die Farbe Weiß. Hier habe ich ein paar Strasssteine aufgeklebt. In der nächsten Reihe seht ihr Pailletten. Dann in der Mitte meinen heißgeliebten Leinenfaden. Ich liebe ihn einfach. Dann hier die Farbe Rococo Rosa. Ich finde, es ist eines der schönsten Rosatöne. Und ihr wisst ja, Stempelzone ist rosa. Also musste das hier mit rein. In der nächsten Reihe die Farbe Schwarz. Ein Beispiel für ein Designpapier. Da könnt ihr aber auch jedes andere Designpapier verwenden. Und hier ein Beispiel für eine Handstanze. Und die Aufgabe lautet so. Finde eine waagerechte Linie oder eine Diagonale und verwende alle Materialien jeweils für dein Projekt, um ein Bastelprojekt herzustellen für meine Challenge. Das heißt, du könntest dich für diese waagerechte entscheiden. Dann müsstest du in deinem Projekt verwenden eine Glanzfarbe von Stampin' Up, die Farbe Weiß und Strasssteine. Es ist nicht verboten, zusätzlich Materialien zu verwenden. Aber diese drei müssen auf jeden Fall mit drin sein. Eine weitere Variante wäre es zu sagen, nee, ich nehme die mittlere waagerechte. Dann müsstest du in deinem Projekt verbasteln Pailletten, den Leinenfaden und die Farbe Rokokorosa. Dann, diese waagerechte wäre Schwarz, Designpapier und eine Handstanze, die du verwendest. Du kannst das Ganze wie beim Bingo aber auch diagonal machen. Das heißt, du könntest Glanzfarbe, Leinenfaden und eine Handstanze verwenden. Oder andersrum, die Farbe Schwarz, Leinenfaden und die Strasssteine. Und natürlich geht das Ganze auch noch senkrecht. Das heißt, ihr habt super viele Möglichkeiten, das Ganze hier zu kombinieren. Senkrecht, ein Beispiel für senkrecht wäre zum Beispiel Designpapier, Leinenfaden und Weiß. Oder Strasssteine, Rokokorosa und eine Handstanze. Ich hoffe, das war verständlich für dich, was ich von dir möchte. Überlege dir ein Projekt. Verwende entweder drei Materialien aus einer waagerechten, diagonalen oder senkrechten Linie dafür. Und bitte zeig es mir auf irgendeinem Weg. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an stempelzone.gmail.com und mir dort dein Foto senden. Wenn du mir ein Foto sendest, dann gibst du mir automatisch die Erlaubnis dazu, dieses Foto weiter zu posten auf meinen Social Media Kanälen. Denke bitte daran, wenn du das nicht möchtest, schick mir kein Foto. Und du kannst aber gleichzeitig auch an meiner Bastel-Bingo-Challenge teilnehmen, indem du dich für eine Variante entschließt. Und dann auf Instagram, Facebook oder irgendwelchen anderen Social Media Kanälen, wo du mich auch gefunden hast, mich verlinkst in deinem Beitrag. Hashtag Stempelzone oder Ad Stempelzone. Du kannst mein Hashtag am besten verwenden und mich zusätzlich mit Ad Stempelzone noch verlinken. Dann sehe ich es in jedem Falle. Und ja, ich werde deinen Beitrag dann kommentieren. Dann weißt du auch Bescheid, dass ich ihn auf jeden Fall registriert habe und du mit einem Los in meinem Lostopf gelandet bist. Und wir werden das Ganze am 30.10. hier zusammen verlosen. Da freue ich mich schon richtig drauf und bin gespannt, wer von euch gewinnen wird. Ich werde noch einen zusätzlichen Hashtag ins Leben rufen, den ihr auf allen Kanälen nutzen könnt, damit ich einfach noch mal eine Suchfunktion habe und noch mal die Möglichkeit habe, eure Beiträge ganz einfach für mich zu finden. Und dieser Hashtag lautet Bastel Bingo mit Stempelzone. Also für euch zur Erinnerung, nutzt unbedingt den Hashtag Bastel Bingo mit Stempelzone, dann den Hashtag Stempelzone und verlinkt mich mit einem Add-Zeichen und dann Stempelzone. So können wir uns ganz sicher sein, dass ich eure Beiträge gesehen habe. Ich möchte jetzt bei diesem Gewinnspiel nämlich darauf verzichten, dass ihr mir eure Werke nach Hause schickt. Wer das trotzdem gerne machen möchte, der darf das natürlich sehr gerne. Dann freue ich mich natürlich auch. Ich liebe eure Karten und andere Projekte. Und ja, ich hoffe, dass ihr Spaß daran haben werdet. Bitte stellt mir Fragen, wenn ihr irgendetwas nicht verstanden haben solltet. Ich finde, dass gerade dieses Bastel Bingo so viele Inspirationen für uns alle nochmal aufruft. Und gerade wenn wir den Hashtag Bastel Bingo mit Stempelzone alle zusammen verwenden, dann hat auch jeder die Möglichkeit unter diesem Hashtag nachzuschauen, was die anderen denn so gebastelt haben, was die anderen für Ideen haben. Und das finde ich ganz, ganz toll. Auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön für eure Treue, für eure Däumchen, Kommentare, Abos, fürs Teilen, einfach für alles. Ich bin super happy. Ich bin Mitte Dezember letzten Jahres mit diesem Kanal hier gestartet und hätte mir im Leben nicht erträumt, dass das so schnell hier vorwärts geht und ich so viele Abonnenten gewinnen konnte. Also habt alle einen herzlichen Dank und fühlt euch ganz doll gedrückt. Ich freue mich und das möchte ich euch hiermit zurückgeben und ich hoffe, das freut euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017